Sag mal Hallo! Guten Tag! Hallo! Ja, meine YouTube-Abonnenten müssen was aushalten. Es ist nix für schwache Nerven. Trunk hat einen YouTube-Kanal. Das muss ich mir anschauen. Ja, Trunk hat einen YouTube-Kanal. Ah, fuck. Ja? Trunk kriegt man nicht zu Anfang, da muss man schon was draufhauen. Ach nein, fuck nicht. Ja, gell? F*** ich hab' so. Ach nein, was mach' ich denn? Ja, ich hab' mich auch gerade verratzt. Aber es ist, glaube ich, nix passiert, nur eine Schürfwunde. Ich hör' dir. Na, was? Ja, Mann. Na, wo ist er? Komm durch. Trucker hat Angst vor Kollisionen. Darum gibt er Gas. Mein Auto ist so hübsch. Ich hab' mir da Mühe gegeben, das so zu lackieren. Ja? Ja. Sieht doch sexy aus. Richtig. Wie ein Leichenwagen. Na, komm jetzt aber... Wie kann man denn zurückschauen? Ah ja, hab' ich. Was? Wo bist'n? Zu weit weg, um ranzukommen. Wo bist'n? Zu weit weg, um ranzukommen. Kann ich mal einen Fehler machen? Nö. Ich schlick gegen meine Natur. Kannst ruhig ein bisschen langsamer fahren. Du, ey. Ich fahr' mir grad einen gemütlichen Auber. Oh! Jetzt bin ich scheiße aufgehoben. Jetzt hab'n Fehler gemacht. Waaaaah! 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 Ja, reicht das schon! Du Hurennippel! Wie gesagt, man muss was da... Oh scheiße. Man muss was da aufhauen. Ja, warte nur. Warte, warte. Alter. Scheiße, das war die letzte Runde, verdammte Kacke. Hahahaha! Sehr geil! Egal! Ich nehm's hin wie ne Mambe! Du Arschloch! Ja, das war mal wieder was. So, Part 2 folgt.